Hallo und willkommen zurück bei der Bummelrunde mit mir, dem Heeshow. Wir widmen uns heute mal wieder Batman. Die letzte Aufnahmesession steht bevor, denn die Episode 5 ist ja rausgekommen, Stadt des Lichts. Und ja, das bringt die gesamte Geschichte hier, Batman Helltale Series, zu Ende. Ja, wir starten mal und schauen wie gewöhnlich erstmal, was zuletzt passierte. Schneidich raus. Schneidich raus. Zuvor bei Batman. The Teltay Series. Es ist obvious, das ist weshalb Vicky teilt. Es ist ihr. Ihr Vater, die Bummel auf ihre Eltern. Warum würde mein Vater haben die Vailes gebeten? Ich habe nie gesagt, er gebeten die Vailes. Sie war in Arkham. Viktoria Arkham. Selina, ich denke, dass du aus dem Gothen sollstet. Es ist nicht nur Harvey. Die Kinder von Arkham sind hinter dir. Es ist nicht sicher, gerade jetzt. Ja. Vielleicht hast du recht. Was hast du gemacht? Das. Das war ich, zuerst von Lady Arkham. Die Innocenten Leute. Ich habe das, was ich tun muss. Ich habe das, was ich tun muss. Ich habe das, was ich tun muss. Ich habe das. Däust aus. Du psychisch. Du kannst das, was du willst von mir tun. Die Frau Arkham warten. Die Frau von Arkham sind bereits in motion. Hm. Tja, und da brannte Wayne meiner auf die Grundmauer nieder. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja, das kennen wir ja schon bereits. Und, boah, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also, Stadt im Licht oder so, äh, hab ich ja eben gesagt. Also, ähm, brennt Gotham nieder. Ups. Oh, Gordon hat überlebt. Gut. You're done, Gordon. Give up your badge and we'll let you live. Meanwhile, his opponents are routinely silenced. The latest to speak out is Police Commissioner Grogan. He called Dent a murderer and a terrorist and demanded his immediate resignation. In response, Dent's enforcers attempted to arrest Grogan, sparking violence inside the precinct. These are dark days in Gotham. Our mayor promised us a better city, but delivers only more violence. How long do we let this Two-Face stay in power? How long can we... Oops. You can't be in here. Hey, you can't do this. Shake it. Let me go. Hey, hey, stop. Time's up. You should have known better, Gordon. Now we nail your tongue to the precinct door by order of City Hall. Just try me. Hey, you punks. Hm-hm. Ja. Action. Fängt schon gleich gut an. Just in time, Batman. Er hat den Verstand verloren. Er hat den Verstand verloren. Ja, Episode 5 fängt doch schon gut an. Ah. Ah. Ups. Woah. Woah. Puh. Das ist ja beste Dark Knight-Manier. Oh, da ist Montoya. Boah. Ich muss mich hier gerade total konzentrieren. Ninja. Nope. Und. Oh nee, 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 nee. Du musst... Du musst dich drehen! Nee, so... äh... schon tot? Ich hatte gehofft, wir können ihn retten. Er hat sein Leben für Gotham gegeben. Läten Gordon! Gordon! Komm in! Sergeant Kelly! Report! Es ist der Mayor! Edwayne Manor. Er hat... ...hostages. Und er hat sie zu töten, bis er Bruce Wayne zeigt. Er sagt... Er sagt... Er sagt... Er kommt, er wird jemanden töten. Er kommt, er wird jemanden töten. Kelly, komm her! Herr, ich... Ich werde die Koffer entscheiden. Kelly! Kelly! Dammit! Oh! Get yourself to a hospital, Lieutenant. Wow! Wayne Memorial Auditorium. Oh! 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 Ich werde mich ihm nähern und ihm entwaschen. Ich werde mich ihm nähern und ihm entwaschen. Jetzt kommt Bruce Wayne! Superhero! Ja. Ach ja. Meine Güte. Ein Jahr zuvor? Ich will ein Götter 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 Götter. Ein Götter 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 Götter, wo es gearbeitet hat. A fear eines oder getrautten, oder getrautten... ... oder schlimmer. Ich weiß, dass ich die Stadt besser kann. If only I could... Okay, I'll back you. Come on, Bruce. That joke is in poor taste. I'm serious, Harvey. I'll fund your campaign. Completely. I've lived in Gotham my whole life. And I've never seen an official I can believe in. Until you. Thank you, Bruce. I... I promise I will not let you down. Never even cross my mind. The only real question is, is this election or next? We'll let the coin decide. Episode 5. Stadt des Lichts. Hm. Lucky. But someone has to die. Are you volunteering, Deborah? Harvey! Wayne! About damn time. Snipers, two of them. Get the drones online. I'll see what I can do. I wasn't sure you'd come. I throw you in Arkham. Burn down your horn. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Why do you actually grow a backbone? I came to help my friend, Harvey. I don't want your help. I want you dead! That is the sickness talking. And I know you're in there somewhere, Harvey. Wait. What am I saying? I've tried to fight it, Bruce. But I can't. Bruce, I only ever wanted to help Gotham. And now, look at me. I can't stop him. Du kannst dagegen antrafen. He's stronger than I am. I've known you a long time, Harvey. You are stronger than your demons. I could always count on your friendship, Bruce. So, what happened with Selena? This city needs to be purged of people like you. All of you. Traitors. Terrorists. And cops who don't take their mayor's orders. Harvey, don't. This is the only way to clean up this cesspool. Whoa. Is this what happens to people who cross me, Wayne? Is this your safe Gotham? You were the fiercest DA, the city ever had. Someone who fought for people's dreams. So much for a safer Gotham. You're right. This isn't me. Go. Go. Get away. I would let them all go, but... It's not up to me. Deborah. My not-so-faithful assistant. You've been feeding my enemies info since the start. I swear I... Beg all you want, but it's not up to me. Your life. His life. Even my life. They all against our scents. They all against our scents. They all against our scents. I didn't do it. You're weak, Harvey. Letting a coin make your decisions. It's not weak, Swain. Oh. It's strength. To accept there's something bigger than me. Bigger than any of us. It's your lucky day, Deborah. Is this the only way to keep people in line? Ist das das Gotham, was du wolltest? They walk all over you. Harvey, no. This is not who you are. You once said you wanted a better Gotham. Is this what you had in mind? I wanted so much for this city, Bruce. When I failed, we were good friends once, Bruce. I'm glad you're here. At the end. Maybe you can remember me the way I was before. Before him. Bruce, I need the result. Drop the damn coin! Without the coin, I can't... I can't... into a Scherz-Scheidung zwingen. Make your own call. Bruce. Please, I don't... I don't know what to... I can't decide. It's too much. It's too much, I can't... A safer Gotham, Harvey. Just like you wanted. Ooh. Ciao. It's all over for me. You should've let me pull the trigger. You've done me and all of Gotham a favor. That's what I deserve. I still have hope for you, Harvey. You'll have the best doctors. Yeah. Sure, Bruce. They can't stop him. No one can stop him. Hui. Ja. Wenigstens hat er sich nicht das Gesicht verätzt. Noch nicht. Mr. Wayne. I... I owe you so much. You're a hero. And I'm going to make sure all of Gotham knows it. You should be rotting in Arkham! Lady Arkham hasn't forgotten you. Everything you love will burn. Okay. Batman. The Telltale Series. Puh. Was für ein Auftakt. Ich weiß immer noch nicht, ob das der Auftakt war oder ob der Auftakt jetzt schon rum ist. Ob wir jetzt wieder ein bisschen rumlaufen. Wir müssen ja noch Lady Arkham-Ding festmachen. Wenigstens ist das Bad Cave noch in Ordnung. Your usual tea and the entire pantry, I'm afraid, didn't survive the fire. This is from my own personal supply. Thanks, Alfred. We're not the only ones that took a hit while Mayor Dent was in power. Well, at least you've ensured Harvey won't be hurting anyone else. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted. And after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down. Even those whom you admire. You have never been surprised. Not all people. You've never disappointed me, Alfred. But I have. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This, this is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if only I had the guts to do something instead. Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her. If I'd stopped Thomas. None of these horrors would have occurred. Lady Arkham. Oswald. Evelyn Harvey. I don't know if it's in Ordnung to bring. Whose fault it is doesn't matter, Alfred. What does, is that we stop them. You're right, sir. The children of Arkham are still out there. And Lady Arkham. With both Penguin and Mayor Dent off the board, she's the only remaining piece. We need to figure out her next move. The only thing we do know is that she moved on from her plan to poison the city. With Penguin gone and my CEO access restored, I can finally log into Wayne Enterprises. And see exactly what Oswald was doing during his time in charge. If I cross-reference that with all the data we have on Vicky Vale, we might be able to figure out the children of Arkham's next move. Oh. Juhu. Ähm. Find heraus, wie Oswald Koppelpott und Vicky Willen miteinander verbunden sind. Äh, ja, das machen wir gleich. Wir gucken mal. Way, Action Cam. Äh. Haben wir die nicht alle schon? Ah. Ah, ja, gut. Okay. Das sind so Updates. Also hier zum Beispiel, dass er ja das Anwesen liegt in Trümmern, doch Alfred ist unverletzt. Hier Harvey Dent. Und, ah, das sind immer so, genau, so Updates, die wir jetzt hier bekommen. Ich zieh das mal hier durch. Ähm. Ich würd auch sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die ja mal durchlesen. Ganz schnell so einfrieren und so weiter. Aber, ähm, so ein bisschen zum Update. Also. Meine Güte, das war ein sehr, sehr interessanter Anfang. Hier der Joker, den ich übrigens immer noch ziemlich cool finde. Ähm, hier Gordon, der, äh, ne, ähm, Krogan, der jetzt leider verstorben ist. Wie da oben auch steht hier. Da verstorben. Ähm. Und hier die Familie Way, die ja auch verstorben ist. Ja, ähm, fand ich super toll. Äh, was für ein Action, äh. Ah ja, gut, okay. Ja. Äh, was für ein Actionmäßiger Anfang. Fand ich echt klasse. Da, würde ich sagen, boah. Also das war bis jetzt die meiste Action, glaube ich, direkt am Anfang, die irgendeine Episode hatte. Aber, so, jetzt sind wir hier auch durch. Wie gesagt.